Die Leute mögen mir das einig. Du musst sie zuerst kurz machen. Also, ich mache das mal vor. Hey Schmutzli, wie kutscht denn du da und der Tebro? Ein bisschen Styling, das wäre doch nicht so schwer, jo. Nein, jo. Schau doch. Jetzt ist das nicht so schwer, jo. Das müssen wir zusammen machen. Immer was Fetisch zusammen haben. Hey Schmutzli, wie kutscht denn du da und der Tebro? Ein bisschen Styling, das wäre doch nicht so schwer, jo. Heisse. Ein feter Hipster-Bar und ein bisschen Schnee in der Friise. Sie ruft schon mit. Ein feter Hipster-Bar und ein bisschen Schnee in der Friise. Gibt es Sicherheit bei Regen, Schneestuhl und Bisse. Cool Baggy, Pants und ein Hoodie mit Geschmack. Und für Sammy Klaus ein Haar und ein Sack. Überhält ist der Kollege ja ein schwerer Fall. Einer, der so umeinander ein bestimmter Fall. So. Ech, das ist so cool. Der roten Mantel kannst du im Falle den Pfeif verrauchen. Mit dem siehst du wie ein Clown aus. Mit dem kannst du verdammeln. Jetzt hock ich mal ab und bleibet parat. Dann hole ich meine Oma. Ich weiss voll wie es geht, man. Ich weiss voll wie es geht, man. Jetzt nicht nachlassen, bleib mal. Du musst einfach die Vorderung. Ich weiss voll wie es geht, man. Einer, Mann, was los ist auf der Musiker? So. Weiss voll wie es geht, man. Das ist in der Tat. Ich weiss voll wie es geht. Mein Stylisten ist sie im Fall krassen Hit. Bei zwei Servalatronien, die es nicht mehr getreten gibt. Aber so oder so ist es die coolste in den Tag. Jetzt hock ich halt ab. Wie vom langen Stahl Kriegen wir die Beine und ein weicher Grind Jo, ey, tanken Sie die zwei zu mir aufs Blut Komm, jetzt nehmen wir einen Kaffee Am besten einen mit Schnaps, Brot Und dann zackt er weiter, denn ich muss jetzt ins Bett gehen Man sieht sich, BOOM Applaus Applaus